Ach, du begrüßt dich doch mal frisch dich. Ich hab dich doch begrüßt. Ja, so richtig. Aber du magst sie nicht. Du musst sie lieben. Guck mal. Du musst doch auch mit ihr warm werden. Und was ist mit den ganzen Haaren auf dem Tisch? Ach, die machen wir gleich wieder weg, das ist kein Problem. Jetzt stell dich nicht so an, ja? Deine ganzen Klamotten sind voller Haare. Ach ja, mein Gott. Der hart halt ein bisschen, der Hund. Aber was soll ich denn machen? Soll ich ihn jetzt weggeben? Du hast auch ein paar Haare, die du verlierst. Für wen war der Lachs? Der Lachs ist für mein Hund Amitier. Okay. Dankeschön. Guck mal, das hier ist deins. Das ist genau, ja, das ist das Richtige für dich. Ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Lass sie doch bitte hier oben essen. Was soll denn denn da unten? Wenn sie unten ist, wird sie sowieso nur getreten von anderen Leuten. Mach den Mund runter vom Tisch. Nein, ich möchte, dass er jetzt hier mit uns zusammen am Tisch sitzt und isst. Ich halte das hier nicht mehr aus.